Juhu! Ja, wenn wir betreuen, aber... Wenn wir treuen... Komm zu mir! Jo Leute, willkommen bei Planeta. Leider ist die Liveaufnahme gekippt. Ich weiß auch nicht warum. Ging mein Internet nicht mehr. Deswegen nehme ich es jetzt hier auf. Du es gleich morgen hosten. Ihr seht jetzt nur das Anfangsbildschirm, weil ich musste das Spiel minimieren. Deswegen geht es sofort los. Und ja, viel Spaß. Ich halte die hintere Tür noch mit. So, ja gut. Ich nehme es jetzt auf, Leute, gell? Sehr schön. Das läuft jetzt auch. Dann können wir jetzt offiziell starten. Richtig offiziell. Ja, ich habe schon die Ansage gemacht. Und es läuft. Und die Ansage ohne mich gemacht. Und ohne mich? Jo 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 Leute, ich bin auch dabei. Noch dabei. Und der Rest von Team auch noch. Hey, hey. So, und jetzt konzentrieren wir uns auf die E-Styler. Ja schon. Dann konzentrieren wir uns auf ihn alle angucken. Ja, gleich noch ein Foto, Mensch. Da hast du dann was für die Homepage, ja? Hm. Ich glaube, wir haben hier ein zweites Grott, das genau dasselbe tut wie wir. Ja, die stehen mit zwei Inches, zwei Maxes und dem Medic vorne und campen den Sponsor. Gut. Das ist doch gut. Aber wir bleiben jetzt einfach nur mal beim Punkt, weil ich das sehen möchte, wie das funktioniert von der Verteilung her. Ja, sieht bis jetzt gut aus. Ja, das sieht gut aus, weil wir keine Freunde haben. Also. Das könnte daran liegen. Was jetzt noch wichtig wäre, wenn ihr angeschossen werdet aus Max und halt, bleibt bitte unbedingt stehen bei eurer Position und rennt nicht weg. Weil wenn ihr wegrennt, ist die ganze Position offen. Das wäre richtig scheiße. Wir stehen da eigentlich genau drei Maxen an einem Eingang und ein anderer ist unbewacht. Wohl wahr. Also ich... Ja, ich geh rüber. Diese Spannung. Ja, eine Minute hat alles wahr. Oh, rechts, rechts. Was auch noch als praktisch wäre, vielleicht ein Spy, der mal ein paar Spots... Ja. Im Allgemeinen ist es ganz gut, wenn ein Spy draußen hockt als der Stalker. Ach, das kann ich auch mit meinem Sanitäter machen. Oder mit der Armbrust. So, ja, das dachte ich... Hab ich gehofft, dass das einer mit hat, weil ich einfach keinen Spy opfern wollte. Ein Inji mit... Warum, wenn du bloß ein Stalker hast, der draußen steht, dann hast du keinen... Der steht da bloß da und langweilt sich halt. Oh, sieht aber eigentlich alles safe aus. Und ich denke auch, dass das dann der Teamleiter oder beziehungsweise der Platoonleiter machen müsste. Eigentlich müsste der immer die Übersicht behalten als der Stalker-Spion. Hm, naja. Bin ich jetzt nicht so dafür, nicht weil ich das jetzt nicht machen würde, sondern... Oh, ich bin nur seinen Täter mit einer Armbrust. Also, ich habe jetzt speziell aus... also aus Platoonleiter oder Truppleiter keine Mags für mich. Also, ich muss jetzt nicht unbedingt auf eine schauen. Ich werde zusätzlich eine... also dumm... Karen, aber ich würde jetzt euch mal drüber bitten, unbedingt, dass ihr euch einen Partner sucht. Sprich, jetzt gleich mal Quatschkiller und Dr. Jumbo und euch auf den fixiert. Und das vielleicht auch dann umgekehrt macht, dass jetzt, wenn Jumbo die Mags spielt, das Quatschkiller ihn ausbetreut. Sag ich jetzt mal. So, ich werde schon mal den nächsten... Psychologische Betreuung. Bravo, kannst du mal anfangen, sich re-to-deployen. Verlieg mal aber die Mags. Also, ja, nein, ihr könnt doch einsteigen, stimmt. Ja, ich lande hier auf der Straße. Ja, und ihr läuft doch mal bitte hinter mir her zum Fahrzeugterminal, wenn da irgendwo da wäre. Alter, fuck, ich bin jetzt kein Fahrzeugterminal. Ich bin drin. Ohne Scheiße. Ist ja halt auch nuscht. Bitte geht alle in die Galaxy rein. Fahrzeug ist unten. Ihr findet die Fahrzeuge unten. Ja, nicht mehr unten. Passt, ich werde dann... Ihr geht doch mal alle in die Galaxy rein, ich werde es einmal überziehen. Max, das kommen dann auf jeden Fall bei mir mit. Die müssen rausgeschmissen werden. So, habt ihr ein Fahrzeugterminal anvisiert? Äh, seit wann bin ich Führung des... Auch bin ich gar nicht. Hä? Ja, will ich meinen Platz wechseln? Nein. Ja, ich habe dann irgendwie einen Bug beim Trupp, das wird mir irgendwie total komisch angezeigt. Ja, wir haben ja auch... Ich sag mal... Ich sag mal... Pass auf... Nein, ich tausche keine Plätze, Markus. Wolltest du das unbedingt? So. Galaxy voraus? Warnu Liberator und Warnu Galaxy zu meiner Rechten. Ja, färts. Ich sag für die Galaxy an, wenn gedroppt wird. Galaxy ist für unsere Galaxy, ja. Nummer 6, sag den Drop an, Chris. Was soll ich dann sagen? Den Drop aus, weil wir hüten... Ich würde jetzt interessieren, was der kleine Feigling hier veranstaltet. Ich bin jetzt selber ausgestiegen, weil... Galaxy war komplett voll. Was soll ich machen? Drops sagen. Achso, ja, okay. Das ist okay. Ich sag nur, die meisten hier, die hier um... Okay, ist nicht nur ich und Dax auf dem Dach. Vergiss es. Jumbo, komm mein Betreuer, komm mit mir. Ich bin jetzt endlich geschafft, auf Nummer 6 zu hüpfen. Ja. Einmal Buckets bitte wiederholen. Ah, ja. Der ist aus der Galaxy gestorben. Komm schon, komm schon. Ich bin unter Beschuss von dem Liberator. Nehmen wir dann die hintere Tür, oder wer ist an der hinteren Tür? Ja, also wir gehen mal hier, Jumbo, hier hin. Lebt von rechts. Oh, zu langsam. Danke, Chris. Ich geh aber mal lieber in Deckung. Wenn der hier sowieso die Tür verteidigt, dann kannst du vielleicht die hinter uns verteidigen, weil da ist natürlich jetzt niemand mehr. Wo? Für die, die automatische Gestützt, die wir haben und Ingenieure sind. Denk dran, ihr könnt sie setzen, ne? Ja, jetzt kann ich gerade keinen. Ich hätte nochmal neu deployen müssen. Ich nehm den... Wir haben hier... Wir haben hier eine Ausrüstung auf Terminal, direkt unter meiner Galaxy. Du kannst nachholen. Ich bin am Zentrumstür und deck die. Die linke Tür müsste noch einer decken. Skype? Ja, die wird schon verjagt von einer Doppelböster. Haha. Ich schulde dir was. So. so ohne gegner läuft das recht gut oder so wir haben jetzt mal ein liberator ein feindlichen ja der geht auf mich und wir haben auch gegner im spawn rum die schießen auch auf mich ich glaube ihr bekommt besuch kommt zu mir kommt kommt hier bin ich wo bist du überhaupt mensch es kann welche es kommen welche ja wohl einer die wo bin ich gewahre ich bin mindestens drei umdurchschnittlich ist ein achten enthält jetzt kein geschehen punkt durch das ding vernünftig aufstellen kann ich jetzt kurz ab jetzt so schätze ich mich da in meine walker und schießt den mal ein bisschen ab nur zehn und alpha ist tot moment so nachdem ich werde beschossen wahrscheinlich von meiner eigenen mg wobei da jetzt schon die mg von mir draufplatten rein ja ja lexion feuer gelächter hallo sporn bieken direkt vor der tür einer wieder weg machen das ist von piken schnell besser noch einer ist du vor ich komme daran misst hast du keine granate wer zurück zurück haben sie mit dir an nö aber ich darf jetzt direkt vor uns ja wo ich bin ja vielleicht kann mich da auch noch ein dann wie ich mich um also ich glaube vielleicht kommt meine granate und die vorderen türen da kommen jetzt ein paar ja direkt vor der tür steht einer unter der dritte kommen viele werden die spawnleuchte nicht da und es gibt es ja nicht jetzt ist sie down und der typ steht die ganze zeit da und wartet darauf dass er wieder in der haare töten kann sollen wir nur noch verstärken oder ich kann nichts mehr machen ich muss ich habe keine ahnung ich kann nicht mehr schießen ich kann nicht mehr reloaden achten von den menschen warum geht das jetzt nicht mehr jetzt kann ich wieder schießen was ist das für ein scheiß du hebe mal bitte die nummer zwei auf alpha 2 ich bin schon dran 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 vielleicht kannst du nachher nochmal nach deinem persönlichen betreuer nachher gucken ob der zu spawnleuchte rennt und da den max max von links sehr schön orif gut ah ich bin da jetzt push mal mit der war aus und fick die weg also ich kann ja gar nicht mehr rennen ha scheiße ich mach die spawn beaken nein kann ich nicht ich kann wieder nicht schießen einer die spawn beaken ich kann wieder überhitzung überhitzung beaken down ja kein problem was ist das jetzt für ein schwachsinn jumbo warte 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 losten jumbo is down bist ja auch ein bisschen todesmutig du musst ja nicht gleich ins gemetzel reinhüpfen ähm äh wahlkühre aufm dach wahlkühre aufm dach wahlkühre aufm dach warte ich spreng das jetzt ja warte ich spreng das jetzt warum kann ich nicht mehr schießen bleib nur liegen weil wenn da keiner kommt ja quatsch ich komme schon schaffst du es rechtzeitig ja klar warte ich hab da waren noch zwei die hab ich da ungemacht und hab mich da eigene weggeschossen ich hab keine ja aber so wie du vorgelaufen bist hab ich auf jeden fall keine chance es ist klar dass ich dahinter erschossen worden bin ne so kann ich dich mhm kann einer von euch jetzt noch den best gamer einladen bitte best gamer wir sagen ja machen schluckzeug erwähnt ja kurz aufhörer so ich werde gleich noch ein sunrode ziehen weil ich möchte jetzt nicht hinlaufen ich habe es mir keiner ich habe es mir keiner ihr auch einen ich kann nicht schießen klasse oh so gut wir einfach mal ins ausrüstungsterminal ich habe hier munition für dich wir landen jetzt ein bisschen durchs gemüse fragen das würde ich ihnen ohne mehr betreuen machen äh was auf skype oben skype macht platt alles ja wenn wir ansonsten brauchen einen flack und super die nummer drei sind random das geht mir richtig im sack so gut aus nö hat nichts gebracht kann ich mir noch nicht schießen also waffensperre weiß es nicht na gut dann auf jeden fall lassen drehen wir uns jetzt mal und fahren zum weg warte moment ich bin schon da ja du musst dir noch ein find den bravo sunrohr rein so bisher funktioniert es ganz gut aber wie gesagt wenn jemand da anzahlt auf einen teil wird es zunimmt schwerer trotzdem würde ich gerne wissen warum meine maus funktioniert meine tastatur funktioniert ich kann laufen ich kann mich drehen aber ich kann nicht schießen das ist eine schwererordnung irgendjemand von euch auf platz 3 bitte Futo oder Chris an äh der nächsten base steht schon eine galaxy ich denke da ist auch ein äh geht auch nicht von uns und es sind auch mehrere feinde vor ort Achtung da ist ein radion unterwegs ich komm nicht hin ich komm nicht hin ja warte wir holen uns jetzt den harris wir kommen wieder ich komm auf jeden fall nicht hin was meint ihr mit sperre was mit sperre da müsstest du viele verbinder dafür töten das glaube ich nicht Ausrüstung deaktiviert Achtung läuft der tipp noch rum nein du hast ihn gekillt den klingelt ja schon komm mal schnell kurz auf die map ok ja wir sind dort oh gut das sind einige von uns direkt vor uns gegner ist das andere bis jetzt kann ich wieder schießen jawohl der Deck drin ihr könnt doch aussteigen falls ihr irgendein Anti-Dingling muss habt oh oh ist kaputt das Speo noch im Gebiet aber ich vermute dass es ein Bug ist weil ich jetzt kann ich wieder schießen oh so bitte jetzt dieses Ding in lass mich hin irgendwo ist hier noch ein Spiel und aufpassen ich kann das reparieren ich kann das reparieren durch ein Ingenieurgesicht so ich hinterstelle mich da kann ich um die Brücke nein steigt mal alle aus hab der Ingi da gott wo kommen wir denn hier hoch das Panzer-Terminal zerstören oder da kommen wir nicht hin ja öfter mal Lappen geben hoch aber ich schieb dich hoch so ich bin noch kurz weg weil ich jetzt tele-fohlen ja doch doch wir rollen 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 es geht es geht es geht es geht schieb dir jetzt gegenseitig hier geht es gut aus nein moin moin ich muss das aufnehmen yes so So, weiter verteidigen wir keine Punkte, wir campen hier ins Born. Ne, das ist nicht unsere Base gewesen eigentlich schon. Egal, hier kann man gar nicht hochsteigen. So, wie kommen wir jetzt hier hoch? Lipp und Valkyrie über uns, aufpassen. Ich brauche einen Sandi zum wechseln. Sandi ist da hinten. Ja, ich sehe es. Die Poin. Verlaub mich immer, wie sieht es mit deinem Sandi aus? Ich habe einen Gegner hinter meinem Sandi. Aufpassen. Wie kommen wir da? Wir sehen uns wieder. Was ist das zumachen?